Moin moin und willkommen zur dritten Folge von The Ringed City. Ja, wir sind hier, wo sind wir dann eigentlich? Gute Frage. Auf jeden Fall im unteren Teil jetzt von diesem Anfangsgebiet. Schauen wir mal eben. Trümmerhaufen war es ursprünglich. Oh, in der Irrenspitze. Okay. Und da meinte er ja auch, da wäre irgendwie ein Schatz verborgen. Der Fred, der da vorne sitzt. Da, so. Und ja, hier hatten wir noch, genau, die Viecher gesehen. Einfach mal weg, Mann. Ah, eh nichts zu melden hier. Zack, zack. Auf damit. Das war knapp. Das war ganz knapp. Oh, schwarze Feuerbomben mal wieder. Sonst ist hier nix. Ah, sowas hasse ich ja, ne? Äh, geht's auf jeden Fall lang. Mhm. Ey, lass mich da hoch. Ich will da hoch. Na, sag mal. Okay. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich da. Hm. Da kommt man auch nicht hin. Nun gut. Scheint da jetzt eh nichts mehr groß zu sein. Wenn ich das richtig deute. Gucken wir mal hier. Da ist ein Häuschen. Warum auch immer. Ey, das Gift, ne? Ähm. Okay, ich sehe noch keine Gegner. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das wird wieder so ein Ding werden, dass die Viecher irgendwie aus dem Boden rauskommen. So, auf ganz und cool. Wie kommt man da oben denn ran? Später? So, wie wär's dann mal? What? Och, no. Hm. Jetzt muss man erst mal die Viecher finden. Moin. Piu, 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 piu. Laser. Wieder kommt der ran? Okay. Pum, 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 pum. Wer speist ihn jetzt? Das ist die große Frage. Vorsicht vor verrückt werden. Oh. Cool. Piu, piu, piu. Moin. Wo soll er denn jetzt? Da. Hallo. Wo soll er denn hier? Ah, hat glaub ich was entdeckt. Nee. Er gammelt einfach nur. Er guckt sich um. Hässliches etwas. So, jetzt gehen wir mal eben schnell hier an. Dumm, dumm, dumm. Ach. Du kleiner Bastard. Oder ihr. Das war scheiße, wa? Mein Freund hängt aber immer noch. Geht gar nicht. Piu, piu, piu. Ja, mit so einem komischen Laser. Wo schießt du die eigentlich raus? Zeig mal. Na gut. Wüstenpyraman-Gewand. Hallo, das ist ein BH. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ja, das ist einfach nur ein BH. Das Gewand der Wüstenpyraman-Ten. Die einst die Hallen der Irdenspitze des Schritten. Das heißt, der Burg, was? Burgunderrote. Ah, okay. Stoff sei mit Magie durchwirkt. Die meist weiblichen Wüstenpyraman-Ten waren für ihre Vorlieben, für Flammen und ihr bezauberndes Äußeres bekannt. Aber was bezaubert, kann auch glücklich sein. Besonders, wenn es in so verführerischem Gewand daherkommt. Okay. Wollen wir mal anziehen? Komm, wir ziehen das mal an. Yay. Lecker. Sieht ganz lecker aus. Voll gefürerisch. Hm, nein. Äh, nee. Da ist die Rüstung. Wir müssen immer noch den Fraggle finden, der ihm hallo sagt. Ah. Ich sehe gerade keine Möglichkeit, mich zu verkriechen. Außer da. Moin. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Au. Arschloch. Voll in den Rücken. Schwein. Aber Glück gehabt, dass er keinen Backstep gemacht hat hier. Moin. Kannst du dich jetzt mal beruhigen? Ich bin schon lange gar nicht mehr da. Willst du mich sehen. Äh. So. Müssen wir den jetzt einfach nur ausweichen? Ah. Na gut, wir können uns das Ding dann später holen. So, da ist ja noch ein Item. Das Problem ist... Ach du Scheiße. Ach, der kommt hierher. Das hab ich mir schon fast gedacht. Ähm. ETF. Wo ist das jetzt her? Oh. Hallo. Kann man aufzupannern. Hm. Da hinter, würde ich sagen. Oh. 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 Sieht gut aus. Nein. Nicht so gut. Na, er macht schon wieder seinen komischen Scheiß da. Machen wir das heute einfach mal so. So, wenn er da oben noch beschäftigt ist. Ah. Ah. Da sind noch mehr von den Dingern. Die Frage ist, wo ist der Kontrolltyp? Das müssen doch irgendwo... Das sind doch immer diese Typen, die die steuern. Dass ich den halt noch nicht gefunden hab, macht mich ein bisschen kirre. Ah. Er sieht uns gerade nicht. Bitte, 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 bitte. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wo der Typ sein soll. Fuck it. Ich sehe gerade nichts zum Verstecken. Ist er hier? Hm. Guck weg. Oh. Fuck. Pew, 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 laser. Da kommt noch was anderes. Ja, Scheiße. Jetzt müssen wir mal... ...mal mal hier laufen. Titanitbrocken. Scheiß Vergiftung. Scheiß Laser. Scheiß Grubben. Pew, pew, pew. Wieso greift er dir eigentlich nicht an? Das wäre ja auch mal interessant. Das ist nur das Giften-Problem. Naja. Oh. Fuck. Hier hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. Nice. Das muss ich mal aufpassen. Nope. 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 Das ist das. Oh, fuck. Das Gift ist auch noch am Birken. So, trinkt er nicht. Danke. Nein. Okay. Hauen wir mal ab. Ja, 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 also das Gift ist übel. Egal. Machen wir es einfach mal kaputt. So. Come on. Gib mir den Scheiß. Du hast nichts. Haralds großkrumm Schwert. So. Lila Moosklumpen reinpacken. Ähm. Da. Und rein damit. So. Wo könnte jetzt der Aufpasser sein? Wir haben immer noch nicht alles, noch nicht mal im Ansatz hier Erkundort. Da ist auch der Engel schon wieder. Hm. Schaut Gott nicht in unsere Richtung. Ernsthaft? Ist ja gar nichts. Shit. Das ist ziemlich uncool. Oh nein. So lange er uns noch nicht wahrgenommen hat. Ist das gut. So. Jetzt müssen wir. So. Komm. Hauen wir mit. Blenden hoch. Ist okay. Aua. So lange das Gift nicht trifft. Jetzt kommt ein paar andere Scheiß. Jetzt müssen wir von da nochmal rüber. Schön wie der Gift hat sich im Auto. Nope. Nice. Ah. Fuck. Buh. Äh. Äh. Macht doch komische Geräusche. Sind das die? Können wir den kontrollieren? Kann natürlich auch sein. Ich weiß es gar nicht. Könnte gut sein. Autsch. Autsch. So. Das war gut. Mach deinen Jump. Lass ihn einmal sehen. Hm. Das ist ein blödensprung. Hat er nicht getroffen. Sehr schön. Die Waffe gefällt mir echt gut. Okay, 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 okay. Also eventuell haben wir jetzt schon zwei von den dreien. Okay, das heißt, da wäre nochmal drei dann. Aber was? Wenn das die sind. What? Oh Gott. Das sind viele. Na gut. Wenn man es hier nicht mehr sehen kann, dann ist er. In Ordnung. Ich denke, dass ich fuck you. Das hilft mich nicht, ob ich dich sehe. Ich mach das so. Voll ist kammt. Kleiner Arsch. Hä? Wie hat er uns denn hier sehen können? Ist ja interessant. Kleiner Schlawiner. Ich hab keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ui, da ist ja noch so ein Dicker. Okay. Okay. Vielleicht sollten wir nochmal eben einmal den Hochheiler machen. So. Jetzt haben wir natürlich die Giftansammlung drin. Okay, das müssen wir anders machen. So. So. Und das war doch ganz okay. Ich muss nur noch ihn. Umhauen. Wow, das Beil hat ja nicht so schaden. Merke ich jetzt erst. Autsch. Das aber auch. Du weißt, muss doch nicht sein. Sehr schön. Sehr schön. Schön den Haltungsschaden auslassen. Au. Naja. Hey. Das war jetzt gemein. Das war jetzt einfach nur gemein. Das weißt du wirklich auch. So, nimm mal das. Ne. Uncool. Ziemlich uncool. Ah, und das. Ja, wenn man uns den einen Heilkrank sogar noch sparen kann. Nochmal brocken. Okay. Giftansammlung. Ich will nicht. Stop. Oh, eine Scholle. Moment. Bup, 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 bup. So. Ah. Viel ist da jetzt nicht mehr über. Wo ist der Spaddel? Da oben. Die Frage ist. Kriegen wir den nicht? Hm. So auf jeden Fall nicht. Hier rangepullt. Alter, ist so schnell. Krass. Nein. So nicht. Schon eher. Ich möchte auch, dass du weiter aggressiv bleibst. Okay. Nice. Was auch immer da gerade passiert. Sind das Kopfschüsse? Das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Moin. Und. Ey. Damm. So. Autsch. Na komm. So. Sprinken. Und fortmachen. Au. Mann, Mann, Mann. Bistung von Haralds Legion. Okay. Kriegen wir die ganze Zeit die Haralds Sachen. Engel ist immer noch da. Miststück. Kann man jetzt totschießen? Das wäre ja lustig, wenn man den an den Flügeln treffen kann. Bestimmt nicht. Irgendwie so hier rumfuchtelt. Ne. Keine Chance. Wo müsste man hin? Um diese blöden Viecher da loszuwerden. Also das blöde Vieh da. Hm. Da hinten sehe ich jetzt auch nichts mehr. Da noch mal einmachen. Da laser du nur. Hm. Da ging es auch noch rum. Das ist auch ein Gegenstand. Oh Gott. Jetzt vielleicht ein Fehler. Oh, das ist echt verplatzt. Nice. Hm. Das Problem ist, wenn mir jetzt die Ausdauer ausgeht. Au. Da ist noch ein Vieh. Ring der Gunst. Okay. Irgendwann haben wir noch. Hey. Auf damit. Tschüss. Ne. Das ist jetzt gerade semi-optimal. Da liegt auch noch was. Hm. Bekannten hier auch nicht. Hä? Da oben. Los werden, wollte ich sagen. Komm. Wir machen mal ganz kurz einmal nach Hause gehen. Wir haben schon wieder 75.000 Seelen. Nochmal neuen Ansatz hier. Das war jetzt so... Ähm. Hat er gerastet? Ja. Hat er. So. Guck mal, da sind wir auch noch nicht dran. Gucken wir nicht, wo... Ist er? Pew, pew, pew. Laser. Tja, tja, tja Tja, tja Ejojojo Können wir nochmal eben hier looben Was hier so geht Oh oh Oh, nice In die Schuppe Oben liegt auch noch was Wir gehen an so vielen Orten noch was Na, lass mich da hin Lass mich da hin Lass mich da hin Oh wow wow Nein Und Pool Hm Oh, gar nicht sicher wo wir jetzt hier weiter sein Irgendwo muss es ja auch weiter gehen Ah Oh Ist auch noch ein Gegenstand Hm Gute Frage, sind da jetzt zwei Kann man sie doch kaputt schießen Hm Ist die Frage Ziemlich unangenehm Ah Geh nochmal rüber Seeler Naja Ist in Ordnung Aua, nein, das ist nicht mehr in Ordnung Puh 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 Hier geht's ja auch nicht Ja Das war knapp Ist da wieder ein Blicker Hm Ähm Ich versteh grad nicht ganz Wie's hier weiter geht Wie's hier weiter geht Ich mein so im groben Weiß ich ja wie man mit den Viechern umgehen muss Aua Aber Da Ich seh gerade nicht Wo Mein Ziel sein soll Hm Dann Dann ist immer noch was Na Wir werden jetzt mal erstmal hier Die ganzen Shit aufsammeln Okay 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 Soweit so in Anführungsstrichen in Ordnung So So Jetzt trifft er So Ziemlich gut Boot Wow Shit Hält doch mal rollen sollen Hm Ich versteh grad nicht so genau wie man die wegkriegen soll Muss doch irgendeine Möglichkeit geben Die einen sinnvoll Vom Hals zu halten Hm Probieren wir nochmal was Natürlich jetzt blöd Jetzt haben wir weniger Lebenspunkte Da ist er So Hm Okay Schaden Irgendwie irgendeine trifft uns hier nicht Doch War nicht so gut Okay Okay Immer noch scheiße Wo kommst du jetzt ran? Oh Ist er immer noch so beschissen? Scheinbar Find ich gut Find ich gut Das find ich sehr gut Aber jetzt hat er mal getroffen Nochmal Hm So ganz aufgemalt ist das hier nicht So ganz aufgemalt ist das hier nicht Jetzt kommen wir wieder ran Okay, was passiert jetzt? Kommt ein neuer? Scheinbar Fuck Okay 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 Das ist interessant Kriegen wir den weg? Oh, da wirkt er noch was Oh, noch ein Bomben Oh, noch ein Bomben Hm Hm Hm, hm, hm Solange er uns nicht sieht Das ist so nice Jetzt will ich aber nochmal hier lang Na hier irgendwo Ist doch noch was Wo denn? Hä? Da unten auch Das ist gar nicht Wenn man da am besten hin soll Hier war doch irgendwo einer Ja Au Danke Dann hat er uns abgenommen Da lang Hui Hui Ach, mehr Roggen Hier, da ist nisht Aha 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 Eieieieiei Okay Hier soll doch auch noch irgendwo witz sein Aua Hm, da oben drauf Wo kommt man denn da hin? Ich hab keinen Gassen sonst Da nicht Überspringen Ich wüsst nicht wie Und hier? Hopp Hm Jetzt kommen wir wieder hier hin Und hier geht's nicht hoch Kommt ein neuer Engel Das ist schon verwirrend Das freut mich nicht allerdings Vorwegen wie Seelen Da Im halben Weg Das geht noch Ich hielt nicht ganz so schlimm Na, 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 na Na toll So, komm schon Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Sehr gut Jetzt machen wir nochmal Da ist ne Stelle So, wir werden mal zum Schreien zurück Hauptsache wir haben erstmal die Seelen gesichert Hm Das ist jetzt trotzdem irgendwie sehr Frustrierend Ich weiß grad nicht genau wie ich Mit diesen Engeln umgehen soll Ah ja, guck mal Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was an Seelen Hm 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 Oh, das könnte sogar Knapp reichen Oder? Ne Tausend sind noch Ja Tausend ist nicht viel Das ist wirklich nicht viel Noch nicht mal Noch nichts Einmal Da rein wir doch irgendwas Ja, natürlich Wir haben ja noch die ganzen Die ganzen Hier, ne So Kann wir nochmal aufsteigen Bla 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 Und nimm dann nochmal AP oder Kondition Also Vitalität Oder Kondition Dafür nehmen wir nochmal Vitalität mit Ja Und dann nochmal zum Bogen gucken Was er gedacht Den müssten wir jetzt doch eventuell auch nochmal aufrüsten können Was ist eigentlich hiermit? Hm Ich hab jetzt irgendwie keinen Lust mehr drauf Ja, das sieht gut aus Ah, das sieht doch sehr gut aus Sehr, sehr gut Das ist doch schön Dann können wir uns jetzt mal um die nächsten Sachen kümmern Um die Armbrust Was? Wir haben nicht genug Seelen Kann ich sein Das kann nicht sein Das glaub ich nicht Das, nein glaub ich nicht Ähm Dann brauchen wir doch noch einfach hier so ein bisschen was von verpacken Schon haben wir wieder genug Ich kann nicht kurz drüber nachdenken Ähm Ja, sie Was?! Wir haben echt nicht genug gouden mit kleinen Scherben Nein wind Wer Sam zählt jetzt nochmal sechs Stück. Und verkaufen. Nochmal die neun hier. So, das sollte jetzt wohl reichen. Also, mal ehrlich. Ey. So, Präzision zur Anbrust. Das sieht doch schon besser aus. Okay. Okay, da geht noch ein kleines bisschen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Was ich jetzt erstmal an mich sehen will, wissen möchte. 343 mit dem Bogen und 630 mit der Waffe. Das ist doch schick. Wunderbar. Damit sind wir dann mal wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge diese komischen untoten Engel da kaputt kriegen. Ich würde drum bitten. Also, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.